Auf diesen Trick ist der FC Bayern bei Thomas Tuchel reingefallen. Ende April soll der neue Bayern-Trainer feststehen, solange hat sich der Rekordmeister beim letzten Mal nicht Zeit gelassen. Thomas Tuchel wurde Ende März 2023 fast in Rekordzeit verpflichtet. Ein cleverer Pokertrick der Tuchel-Seite hat die Verpflichtung damals beschleunigt. Bayern soll damals signalisiert worden sein, dass Tottenham Potspur Tuchel möchte. Tuchel wäre der beste Nachfolger für den Nagelsmann gewesen und somit wäre der beste Trainer vom Markt gewesen. Nach der 1-2 Pleite in Leverkusen bekamen die Ex-Bosse Oliver Kahn und Hassan Zadliharmicic erhöhten Wechselpuls und handelten. Henning Feind von der Sportbilt glaubt, dass Tuchel wahrscheinlich nie bei den Spurs gelandet wäre, da feststand, dass Sturm-Star Harry Kane die Londoner verlassen würde. Beim 1. Gespräch mit Kahn und Zadliharmicic war Tuchel selbst überrascht, dass er sofort übernehmen sollte und nicht erst nach der Saison. Nach kurzer Überlegung sagte er zu. Mit diesem Pokertrick hat Tuchels Management wohl sein Ziel erreicht.